Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer. Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ich würde lieber nicht drüber reden. Verstanden. Also, Zeit zum Aufbruch. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Vysima. Hm. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? Zwei, drei Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte. Hörst du das? Ich höre und rieche es. Gule. Gule.